hallo und herzlich willkommen ihr lieben yugi tuber zu einem neuen post aus korea unpacking video ja es ist mal wieder soweit ich habe mir vor ein paar wochen mal wieder ein paar sachen bestellt und ja heute ist schon mal ein päckchen hier angekommen ein wirklich langes päckchen und ja wieder mit disney warum auch immer und jetzt ohne noch länger hier um zu reden würde ich sagen machen wir das ganze gleich mal auf ich bin mir sogar ziemlich sicher dass ich weiß was ich hier bekomme und zwar müssten das noch die zwei letzten verfügbaren dualis packs sein welche genau das verrate ich euch natürlich nicht denn wir werden es ja dann sehen sonst ist die ganze spannung weg aber wie immer sehr gut verpackt muss ich schon sagen also da muss ich schon wirklich kräftig mit der schere schneiden wirklich sehr gut verpackt also ja jetzt und jetzt müssen wir hier noch diese seite auch noch schneiden ja geht diesmal wirklich nicht so einfach muss ich ehrlich mal sagen aber ja oh nice wow nice also das freut mich also diese wirklich coolen kartenhöhlen habe ich umsonst bekommen wie es aussieht natürlich mit meinem motiv und dann sind es drei collector speck dualist of flash booster boxen die ich bekommen habe sozusagen das allgemein asiatische bzw ocg gegenstück zu dragons of legend unleashed und ja noch zwei tolle sachen und zwar das mache ich immer schön mittig einmal das dualist pack jaden volume 2 und einmal das jaden dualist pack volume 3 ja leider habe ich nirgends mehr das volume 1 gesehen das letzte als ich das ja gesehen hatte habe ich es leider nicht gleich gekauft und somit ja habe ich heute hier ein klein wenig das nachsehen aber ist nicht schlimm immerhin haben wir zwei und drei bekommen und natürlich gratis höhen was mich wirklich sehr freut die werde ich auf jeden fall mir aufheben für ein speziell koreanisches deck mit nur koreanischen karten und ja gut damals wird auch am ende dieses kleinen unpacking videos angelangt liebe jugituber wie immer falls euch das video gefallen hat lasst doch gerne ein like da oder auch ein abo und wie immer für sonstige fragen oder anregungen könnt ihr mir auch gerne in die kommentare schreiben und besucht auch gerne meine facebook-seite damit auch da rund um meinen kanal und meine jugio projekte immer auf dem neuesten stand setz so wie meine ebay seite wo ich auch seit neuestem endlich jugio karten zu guten und fairen preisen verkaufe gut bis dann euer card collector 116 117 24 26